Hallo, ich bin Faber Tavacoli, ich komme aus Berlin, ich bin hier in Charlottenburg groß geworden und ich habe Zahnmedizin in Hannover studiert und jetzt bin ich wieder hier und absolviere hier meine Zeit als Assistenzzahnarzt bei Casa Dentalis. Also ich versuche sehr allgemein, also generalistisch, Zahnmedizin hier zu betreiben. Ich betrachte die Zahnmedizin als ganzheitliche Zahnmedizin und dementsprechend versuche ich bei Patienten ein sogenanntes synoptisches Behandlungskonzept zu verfolgen. Dabei geht es einfach darum, dass man eine Gesamtplanung erstellt, wenn der Patient das erste Mal vorstellig wird. Man schaut sich an, welche Zähne kann man erhalten, welche nicht und versucht dann interdisziplinär, also zusammen mit der Chirurgie, die wir auch hier im Haus haben und dann über die Zahnerhaltung, also die Zähne, die man erhalten kann, dann bis hin zur Prothetik den Patienten zu versorgen und ihm die bestmögliche Behandlung zu ermöglichen. Also ich habe mich für Casa Dentalis entschieden, einfach aus dem Grund, dass hier sehr viele Fachbereiche oder sehr viele Gebiete der Zahnmedizin abgedeckt werden und es ist ein super Team hier. Man kann jeden Kollegen für Rat und Tat hinzuziehen und dementsprechend bin ich eigentlich sehr glücklich hier zu sein. Ganz going. Vielen Dank.